Hallo und herzlich willkommen zu BioXy. Wir machen heute wieder etwas ganz Spannendes und zwar geht es um das Folgende. Schaut mal rein. Unser heutiges Thema befindet sich im Bereich Kontinuität und Veränderung und zwar auch auf der Molekülebene und hierbei insbesondere in der Genetik. Und zwar geht es um CRISPR-Cas9. CRISPR steht für Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, also übersetzt kurze palindromische regelmäßig wiederholte DNA-Sequenzen. Kurz bedeutet 23 bis 47 Basenpaare sind diese Repeats. Und Palindrom, das seht ihr hier, A-A-G-C-T-T, wäre also komplementär zu dem anderen und man kann das von vorne nach hinten gleich lesen. Diese Sequenzen sind palindromisch, weil sie von vorne und von hinten gleich gelesen werden können. Allerdings ist das auf eine umgekehrte Komplementarität der Sequenzen zurückzuführen. Das heißt, man kann nur die komplementären Sequenzen von vorne nach hinten jeweils lesen. Das Clustered bezieht sich auf Regionen im Genom, in denen Repeats- und Spacer-Sequenzen in einer geordneten und wiederkehrenden Weise angeordnet sind. Geordnet und wiederkehrend ist dann also dieses Regularly Spaced. Es wechseln sich also Repeat- und Spacer-Sequenzen ab. Und dabei sind diese Repeat-Sequenzen immer wieder gleich und diese Spacer können unterschiedlich sein, so wie das hier auch farblich dargestellt wurde. Das nächste, was wir wissen müssen, ist Cas9. Das ist ein Enzym, das als molekulare Schere fungiert und DNA an bestimmten Stellen schneiden kann. Und das Besondere daran ist, dass eben hier mithilfe einer Guide-RNA ganz bestimmte Regionen identifiziert werden können und dann geschnitten werden können. Diese G-RNA, also Guide-RNA, ist ungefähr 80 bis 100 RNA-Lokalitide lang und besteht aus einem Spacer und einem Repeat. Ich habe jetzt hier mal eine solche Beispielsequenz gezeigt. Uracil sehen wir anstelle von Thymine, also ist eine RNA. Und dieses Cas9 und diese G-RNA bilden also jetzt ein Komplex, finden das Zielgen. Und dieses Cas9-Enzym erkennt diese Bindung und schneidet die DNA an der Zielstelle. Anschließend wird durch das Reparatursystem der Zelle neue Sequenzen eingebaut. Und diese kann man dann auch verändern und damit sind wir beim Genomediting. Jetzt wollen wir uns ein Beispiel dazu anschauen. Wir haben eine Erkrankung, die lebersche kongrenitale Amorose. Dieses ist also eine angeborene Funktionsstörung des Pigment-Epitester-Netzhaut und der Aderhaut. Eine degenerative Erscheinungsform hier. Und dafür gibt es ein fehlerhaftes Gen, welches nun identifiziert wird. Und im nächsten Schritt wird dazu eine komplementäre gRNA von Forschern entworfen. Das heißt, diese gRNA ist komplementär zu der Ziel-DNA. Das wird jetzt kombiniert mit einem Cas9-Enzym. Und es bildet sich also dieser aktive CRISPR-Cas9-Komplex. Dieser CRISPR-Cas9-Komplex wird jetzt in die Zellen der Patienten mit dieser Krankheit gebracht. Die gRNA bindet an das fehlerhafte Gen in den Zellen der Patienten, also direkt an der Ziel-DNA, und schneidet die DNA an der Zielstelle. Und zwar kann das Cas9 dadurch, dass es zwei Endonukleasen besitzt, und diese trennen jeweils eine der Zuckerphosphatbindungen in beiden Strängen der DNA. Ihr merkt euch, das Cas9-Enzym schneidet die DNA an der Zielstelle. Ja, und dann kommt es, wie gesagt, zu diesem Einbau neuer DNA-Sequenzen. Diese Reparatur des Schnitts passiert also durch natürliche DNA-Reparaturmechanismen. Und dieses kann nun so passieren, dass hier gezielt Mutationen oder gezielt die richtigen DNA-Sequenzen eingefügt werden, um das fehlerhafte Gen zu editieren. Und nachdem das gemacht wurde, überprüfen die Forscher, ob das fehlerhafte Gen erfolgreich korrigiert wurde. Nach erfolgreicher Korrektur des Gens zeigen die Patienten mit der LCA eine Verbesserung ihrer Sehfähigkeit, denn nun kann das korrekte Gen abgelesen und translatiert werden, und es entstehen die richtigen Proteine, die in der Netzhaut benötigt werden. Wie immer das Ganze jetzt nochmal hier im Überblick, vielleicht dann jetzt die Pause-Taste drücken und sich das nochmal in Ruhe durchlesen oder sich das Video einfach nochmal anschauen. So, das war's schon. Heute ein ganz kurzes Video. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden und ihr habt auch verstanden, wie man mit diesen Prozessen umgeht und wie man diese erklärt. Ganz viel Spaß und Freude weiterhin beim Biologielernen, ein wirklich spannendes Fach und viel Erfolg natürlich in euren nächsten Prüfungen, die zeigen sollen, was ihr gelernt habt. Ganz liebe Grüße. Tschüss, euer XE.